Ja, also Mats hat bei mir geschlafen und wir haben uns gut unterhalten, hatten Spaß auf jeden Fall. Ja, war schön. Schlecht, das ist schlecht. Langsam guck ich mir vor, für den Manager oder so. Okay, weil, Lenk, Lenk ihn, okay, Lenk ihn, schnell ab, Lenk ihn ab. Wer denn? Keine Ahnung, trink mit ihm einen Kaffee oder so. Kaffee, er braucht nicht so einen Kaffee. Egal, jetzt geh, geh, geh. Mats, Mats, du musst auf, aufstehen, du musst jetzt gehen, du musst jetzt gehen. Mats, du musst gehen, komm, 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 komm. Los, aufstehen, jetzt los. Okay, hier sind deine Sachen. Hier deine Sachen und du musst jetzt los. Ich guck kurz. Was? Und dann gehst du. Support, aufstehen. Okay, hier ist niemand. Okay. Steh auf jetzt. Nein, 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 nein. Los, los, los. Deine Sachen, jetzt komm, du musst gehen. Du musst gehen. Du musst gehen. Deine Schuhe, deine Schuhe. Warte, 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 warte. Ähm. Warte, hier, deine Schuhe. Okay, nimm, 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 nimm. Oh, fuck. Was ist los? Psch, 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 psch. Was ist los? Psch, alles gut, du musst nur jetzt gehen, ganz schnell. Hast du den Rücken? Nein, nein, psch, psch. Okay. Komm, komm, komm. Psch, psch, psch. Okay. Okay, cool, 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 cool. Wie bleiben die eigentlich Katzen? Wer ist denn Hund oder... Schau mal. Komm, 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 komm. Du bist absolut schön. Nein, 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 nein. Alles Gute, ich muss noch nicht jeder wissen. Und wenn ich geschlafen habe, das ist okay. So. So. Ja. Ähm, wir sehen uns dann. War schön mit dir, ja? Ciao. Warte, ich hab meine Hände vergessen. 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 Okay, okay. Ich bring's dir. Ich bring's dir. Ich bring's dir kurz, okay? Okay, wo ist das jetzt? Okay, okay. Okay, okay. Okay. Bacana! Hi! Valentin! Sorry, äh, schre ich gerade. Vielleicht bin ich noch zu früh gekommen. Wir haben unsere Fabrieren für Musik machen. Ja, genau. Ja, ähm. Bin ich zu früh da, oder? Nee, nee, alles gut. Sorry, ähm, verrückter Morgen, weißt du. Kann, oder? Ja. Ja, kenn ich, kenn ich. Ähm. Voll, ähm. Ja, brauchst du noch Zeit? Soll ich, äh, kann noch... Ja, vielleicht wartest du noch mal in der Küche kurz und ich, ähm... Ich fang unsere Unterhaltung auch sehr schnell. Ja, ja, ja. Ja, voll, voll. Okay, cool, cool, cool. Ja, ähm... Ja, du hast zwei Handys? Ach so, ähm... Leon. Ja, Leon ist vor der Tür, genau. Ah, Leon! Ach gut, will er auch mitmachen? Dann gehen wir doch. Der kann doch mitmachen, oder? Nee, der Leon, der muss los. Ich geb ihm kurz sein Handy, ja? Also, hier Leon, ey, dein Handy, ähm... Viel Spaß bei der Arbeit! Ich, ich glaub, ich geh mich mal anziehen dann. Dann können wir ja Musik machen. Ja, ja, macht, macht Sinn. Ja. Okay, cool. Willst du vielleicht vorlaufen? Ja, gerne. Ähm... Hört aus, oder? Ja. Cool. Cool, 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 cool. Alles gut. Schnell. Oh mein Gott. Oh, nochmal von vorne. Okay. Das ist voll interessant, wie du das machst. Kannst du es mir mal zeigen? Äh, was genau? Mit den Händen. Ach so? Äh, klar, warte. Äh, zick, zick, zick. Ich zeig's dir erstmal hier, okay? Da ist so, den Finger da. Der geht so. Okay. Okay, uh, das wird blöd. Und dann hast du die zwei, okay? Okay. Die gehen hier. Okay. Ja, mit deinen schönen Händen wird's ein bisschen schwierig sein. Und dann hast du noch, warte, dann hast du noch den da. Okay. Okay, der geht, warte, zack. So, der weg, zack. Dann kommen die zwei Mini Finger da. Da, da. Eins, zwei. Siehst du? Der da. Nee, 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 der geht hier. Der Babyfinger. Der Babyfinger. Der Babyfinger. Genau, die Babyfinger sind da. Das ist da. Und jetzt probieren wir mal. Perfekt. Perfekt. So können wir gleich auftreten. So. Okay, lass uns jetzt mal üben. Okay. Weil wir müssen ja wirklich bei der Stadtinfo, um die Genehmigung zu bekommen, dass wir auftreten dürfen, müssen wir ja wirklich abliefern können. Das stimmt. Du musst richtig schön singen können. Du musst aber auch schön spielen. Okay, let's go. Ich werde es versuchen. Lass uns Creep machen. Creep? Ja. Okay, ja. Bitteschön. Okay. Also wenn wir jetzt, wenn du so schön singst, dann weißt du, dann werden sie denken, was macht diese Superstar hier? Sollt ihr doch gleich hier mit Adele oder keine Ahnung wem da singen. Du bist so cute. Nee, du bist sehr gut. So. Es war echt schön. Ja, fand ich auch. Und ich freue mich auf das Vorspiel morgen. Ja, ich auch. Das wird richtig cool sein. Ja, das schaffen wir. Okay. Hat dich gefreut. So. Ja. Pass auf dich auf. Ja, du auch. Danke. Ciao, ciao. Oh Mann, Leute. Ich freue mich schon ehrlich, also es war ernst gemeint, morgen mit ihm vorzuspielen und es war auch wirklich jetzt voll schön. Aber gleichzeitig freue ich mich halt auch gleich Mats zu sehen in der Strandbar. Deswegen, ach, ich weiß nicht. Schwierig. Auf jeden Fall, wenn ihr dabei sein wollt, wie ich nach Mats wieder treffe, dann abonniert und drückt die Glocke. Warum verheimlichst du, Valentin, dass Mats da war und auch umgedreht, dass du mit Valentin verabredet bist? Ähm. Ja. Also ich weiß, dass es halt echt blöd ist, aber um ganz ehrlich zu sein, bin ich einfach nicht bereit, diese Türe mit Valentin komplett zu schließen. Ja, im besten Fall solltest du es aber schon tun, solange er eine Freundin hat. Ja, ich weiß, das ist auch voll dumm irgendwie, ja, keine Ahnung. Aber ich freue mich auch mit Mats zu sein. Wir haben voll den guten Vibe und ja. Das merkt man auch. Ja. Ja. Aber was ist eigentlich mit dir? Mit mir? Ja, irgendwie... Irgendwas ist doch, oder? Warte, ich mach kurz auf. Es ist bestimmt Valentin. Hat bestimmt irgendwas einfach vergessen. Hallo. Ähm. Joyce, was machst du hier? Ich wollte die Wohnung ausmessen. Ich will die Wohnung ausmessen? Ganz genau. Würdest du mich... Joyce, ist es dein scheiß Ernst? Ja. Nein. Auf keinen Fall. Für erst stichst du Leon wieder, der fast kapiert wird wegen dir. Danach fällst du meine Unterschrift und jetzt wagst du dich noch hier in die Wohnung zu kommen? Apropos Leon, ähm, ist eigentlich was rausgekommen wegen der Polizei? Habt ihr irgendwas rausgefunden, oder? In der Polizei? Ja, komm, greif mich an, greif mich an. Auf, auf, auf. Dann kriegst du halt eine Anzeige. Eine Anzeige? Mhm. Richtig. Wer ist sogar wert? Ja. Komm, hol ihn dir. Also... Geh jetzt. Der Schrank muss auf jeden Fall raus. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich einfach. Ja, und wir hier drinnen sind. Joyce, geh jetzt. Joyce. Weg. Ja? Geh nach unten. Geh nach unten. Verpiss dich jetzt. Jetzt verpiss dich einfach. Dreck bist du. Ah! Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Achtung. Ernsthaft! Ah! Hat sie nicht gemacht. Oh mein Gott, ich bin nass. Mann. Du hast zum Glück abgefangen, also du hast Wasser abgefangen. Ja, toll. Danke. So, Leute, ich will was trinken lassen. Leute, ich wollte euch aber noch sagen, hallo, bevor wir da jetzt antanzen, bitte, ihr zwei müsst euch benehmen. Oh nein, oh nein, oh nein, please, please stop. Bitte, was willst du sagen? Wir hören nicht zu. Ich möchte, dass ihr euch bitte benehmt. Hä? Was ist das denn? Wir benehmen uns immer. Okay. Okay, dann haben wir uns jemals ein Ich bin benommen. Ja. Okay. I see. Cheers! 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 Teufel ist richtig, was ist das wollen? Ah? Ja, danke. Nein, nicht so geil. Ach nein. Ich hab das mir gerade voll an die Nase gerauten. Es war schon ein zu viel. Das ist mein erster. Drink hätte ich natürlich. Drunk in love. Ihr seid so blöd Das meinte ich vor mit Benehmen Naja, jetzt noch sind wir unter uns Ja Aber du hast sowieso zu viel Zeit mit Boys abzuhängen Ich weiß nicht, von was ihr sprecht Nein, Spaß Keine Angst, waren ja Ferien jetzt Meine Chefin vom Kosmetikstudio War ja die ganze Zeit auf Fortbildung Deswegen konnte ich leider nicht arbeiten Leider Sie wäre so gerne zu Schule gegangen Ja Ja, sehr, ich hoffe, dass du da bist Mats, hey Mats, entschuldige Arbeiten, nicht flirten, Mats Ab mal die Arbeit jetzt, gell? Ey Mats Alter Warum filmst du? Alter, brauchst du sein Ehrlich You need to taste some one drink, you know Kommt eigentlich Elise noch? Nee Das kann tatsächlich nicht, weil Sie ist zur Zeit sehr beschäftigt mit Mit ihren Tanzen Und sie nimmt wahrscheinlich auch einen Job an In Florenz Echt jetzt? Aber voll geil Ja, an sich ist das geil Aber ich kann mir halt keine Fernbeziehung vorstellen Ich will sie natürlich supporten Aber ich mach mir natürlich auch Gedanken Was ist, wenn es da funktioniert Dann ist es ja vielleicht dauerhaft so Aber weißt du, ganz ehrlich Wenn eure Liebe stark ist Dann ändert es nichts Jetzt kommt die Romantikerin raus Ihr seid so blöd, ehrlich Ja, keine Ahnung Hast du schon mal ein Abbruch? Ähm, nee Bisher noch nicht du Malu Jetzt letzte Warnung Das war's Du warst gerade erst hier, okay? Ja Einmal du kriegst Sorry Du bist raus Ja Wir sind eh unterbesetzt Du weißt das Was soll das jetzt? Du musst da arbeiten Sorry, du hast recht Aber warte ganz kurz Ich dachte mir, wir sind unterbesetzt Also, keine Ahnung Sie springt einfach ein Ja, man Kennet sie oder was machst du? Das ging hin Ich lern dich schon ein, okay? Hast du schon mal gemacht? Ja Ich lern sie ein, okay? Gib mir fünf Minuten Ich lern sie ein Und dann schau's Wir müssen ab hier Okay Wir müssen die Arbeit Let's go Okay, komm Okay, ich hab's hier Okay, ich hab's hier Okay, ich hab's hier Danke Hast du den da So über die Seite Das ist ganz cool Dann raus und dann Sag mal, okay Wird es heute noch was mit dem Drink? Ah fuck, ihr habt mal Brot bestellt, gell? Ja, vor einer halben Stunde Sorry, ich mach den ganz kurz fertig Wir warten schon Okay, wir machen den sofort, okay? Ich musste hier nur kurz einlernen Wir sind hier ein bisschen im Stress Wie ihr seht Sorry, Entschuldigung Dankeschön So, jetzt machen wir kurz den Aperol Ey, Leute Ganz ehrlich Wir übernehmen jetzt einfach den Bar Ich hab meinen Barkeeper gemacht Hier geht irgendwie, keine Ahnung Echt oder was? Spaß haben, schwimmen Ja, Mann, geil, geil Und wir machen das, wir rocken das Ihr müsst nur, also macht den Zeichen Befassungen, das ist okay Klar, machen wir Ob du trinkst, mixst oder trinkst, das passt schon Geil Ähm, ja, sagt Bescheid Ja, haupt ab Ja, gerne, gerne Los Ja Oh, we're cinematic in the way we connected Girl, you're so familiar I never expected you To be right in my arms Is my favorite part How you talk in the dark Oh, God, there's Something about the sound of you Stuck in my head I'm hoping to say Romanerzizing all that you said Even though I see that I'm in too deep I still gotta let you know Du tust mir irgendwie gerade voll gut. Also so, ich mag es voll mit dir zu sein. Dankeschön. Das sagen tatsächlich die meisten. Oha, was soll der denn? Oh, oh, so soll ich. Das war echt übelst witzig. Hallo, 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 hallo. Wollt ihr mich verarschen, ne? Äh, nee. Leute, das geht für mich. Oh mein Gott. Was zur Hölle ist hier los? Oh mein Gott. Ich hätte gesagt, das war das letzte Warnumal. Du bist raus. Ihr seid gefeuert. Was macht ihr eigentlich? Das war's, Leute. Feier ist vorbei jetzt. Tell me straight up, 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 I don't want it, 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 no other way. No other way, other way. Tell me straight up, 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 I don't want it, 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 no other way. No other way, other way. Tschüss!